hallo herzlich willkommen zu meinem video über die frage wie sicher sind eigentlich stable coins und zwar aus gegebenem anlass wir hatten ja diese woche und letzte woche zwei teilweise heftige korrekturen im krypto markt und so manch einer wird sich eventuell angesichts der freien kurse gedacht haben hätte ich doch mal lieber in stable coins investiert dann wären jetzt meine einlagen nicht alle futsch und dann schaut man so auf die die frage protokolle gerade die stable coin pools wo im grunde von 20 bis 30 prozent versprochen wird und man denkt sich so wäre ich doch da drin dann hätte ich zwar jetzt diese ganzen kurssteigerungen nicht mitgemacht aber ich hätte jetzt irgendwie sicher meine 20 30 prozent bekommen das ist viel viel mehr als auf dem giro konto und da kann man doch auch mit zufrieden sein gleichzeitig bin ich da aber sicher mir kann da nicht viel passieren weil meine assets sind ja an den us-dollar gebunden die schwanken nicht im wert außer vielleicht über die den kurs euro und us-dollar das ist aber im vergleich zu dem was jetzt mit bitcoin isa und mit vor allem mit dem dogecoin und so passiert es überhaupt kein vergleich also jetzt die sehnsucht nach den stable coins ist das berechtigt wo liegen da eigentlich die risiken ist das ganze wirklich so sicher und ich möchte hier jetzt heute eigentlich nur auf einen ganz kleinen teil aspekt eingehen und zwar spreche ich jetzt mal über die asset back stable coins also die stable coins wie zum beispiel dem usdt der usdt der hat ja im prinzip letzte woche oder vorletzte woche war es schon mal veröffentlicht wie eigentlich die einlagen sich zusammensetzen die den usdt decken sollen und dabei ist dann rausgekommen dass also hier nur ungefähr vier prozent cash von 75 prozent insgesamt also das heißt es sind insgesamt 2,9 prozent cash drin sind der rest sind irgendwelche anderen finanzinstrumente und auch das möchte ich jetzt hier überhaupt gar nicht bewerten ist es nur einfach wichtig mal sich ein bisschen die risiken klar zu machen die jetzt hinter solchen dingen stecken denn das ist jetzt erst mal eine veröffentlichung von tether man weiß eigentlich nicht ob das was hier steht stimmt aber hier wird einfach behauptet wir haben nur vier prozent oder wir haben nur 2,9 prozent cash der rest sind irgendwelche anderen finanzanlagen wie die sich zusammensetzen steht hier man muss das ganze glauben der löwenanteil sind commercial paper und bevor ich das ganze jetzt hier selber bewerte da ich nämlich eigentlich auch gar nicht so viel ahnung davon habe empfehle ich einfach hier diesen artikel should we worry about tether den werde ich natürlich auch hier in der description dann verlinken und hier bewertet also der autor im prinzip die einzelnen anlageklassen die hier aufgezählt sind und 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 um es direkt vorweg zu nehmen und ich möchte hier auch überhaupt kein tether fahrt verbreiten und so das ist hier überhaupt nicht das ziel der tether ist also er meint dass zum beispiel die 65 prozent commercial paper tatsächlich überhaupt kein großes risiko darstellen denn das sind im prinzip finanzinstrumente die also das sind kurzfristige darlehen die vergeben werden an blue chip companies oder banken mit einer laufzeit von unter neun monaten und er argumentiert hier dass also eigentlich ist ganz gut ist wenn tether nicht nur cash auf dem konto hat sondern es ist tatsächlich auch schlaues geschlaues cash management wenn man quasi die einlagen in dieser größenordnung auch clever anlegt und das ist hier also in der zusammensetzung die tether veröffentlicht hat nach seiner meinung zu einem großteil auch tatsächlich der fall wichtig ist dass man im prinzip dass diese assets liquide angelegt sind also die anlagen die man da verwendet dass die liquide sind das heißt also dass man die schnell wieder auflösen kann falls dann doch us dollar gebraucht werden und gleichzeitig eben auch dann das risiko gering ist und commercial paper sind hier in dieser in diesen quadranten hier risk und safe liquid und illiquid tatsächlich sogar in dem guten bereich nämlich sowohl liquide als auch sicher so und er sagt dann aber dass tatsächlich ungefähr 23 prozent gibt das sind die die hier eingekringelt sind diese anlageformen dass die irgendwie mit fragezeichen fassen zu versehen sind da ist nicht ganz klar ob das wirklich sicher ist und er argumentiert dann eben dass hier 0,77 cent pro us dollar im tether tatsächlich wirklich passend gedeckt sind mit low risk liquid assets und der rest ist eben fraglich also ist ein us dt nur mit 0,7 cent besichert was ja gar nicht so schlimm ist wie die allermeisten leute jetzt angenommen haben das ist schon mal so eine mögliche seite in der von der irgendwie gefahren drohen können dass also quasi die deckung dieser stable coins nicht eins zu eins stattfindet und die zweite sache das sind so politische vorgänge zum beispiel jetzt gerade in den usa da empfehle ich mal hier diesen twitter thread von kaitlin long zu lesen auch den werde ich unten description setzen hier geht sie darauf ein also sie meint dass diese zusammensetzung die tether hier veröffentlicht hat tatsächlich sogar die wichtigeren nachrichten sind für den kryptobereich als die geschichte mit elon musk und auch die beinance investigation denn da geht es darum dass quasi jetzt risk managers von hedgefonds die im kryptobereich tätig sind das risiko des krypto investments neu bewerten müssen die anlagen ein bisschen umschichten müssen und das dann eben auch zu kryptoverkäufen führt gleichzeitig geht sie aber auch darauf ein dass hier ein möglicherweise auch die usa die regulierungsbehörden in den usa sich sehr viel mehr mit stable coins beschäftigen werden denn die die denn das kann also dazu führen dass hier eben ein crackdown stattfindet auf die stable coins weil einfach die us finanzaufsichtsbehörden die stable coins mehr in den fokus nehmen das liegt unter anderem auch da kann man hier nachlesen ein bisschen an facebook das also quasi facebook mit libra irgendwie neu eigenen stable coin rausbringen wollten wollte und das hat ja dann zu sehr viel widerstand von öffentlicher seite geführt und da ist also im prinzip die frage wie wird das hier in zukunft geregelt sein gleichzeitig wird aber auch die fett wahrscheinlich früher oder später auch einen digital dollar rausbringen und auch dann ist natürlich der stable coin steht noch mal im markt noch mal in einem ganz anderen fokus denn da wird man ja wahrscheinlich eher den eigenen stable coin den offiziellen us dollar stable coin beziehungsweise den die die zentralbank stable coin währung dann durchsetzen wollen so und es gibt hier eben noch einen weiteren artikel auch den werde ich verlinken der auch ganz interessant ist zu dem thema nämlich mal so zehn vorhersagen über stable coins und die finanzpolitischen auswirkungen davon und hier gibt es so einige also so einige interessante punkte sie meint hier dass also die stable coins zum beispiel gegen ende 20 21 100 milliarden us dollar also die markt market cap 100 milliarden us dollar übersteigen wird und das ist ganz lustig weil wenn man sich das mal anschaut ich habe jetzt hier mal bei coin gecko unter categories kann man hier die stable coins aufrufen nachgeguckt und diese vorhersage die ist tatsächlich schon mal nicht eingetreten denn bei 100 milliarden us dollar markkapitalisierung sind wir jetzt schon also nicht ende 2021 es ist also sehr viel schneller gegangen das heißt aber nur dass also die aufmerksamkeit die der stable coin bereich bei den bei den finanzaufsichtsbehörden in den usa dass die also noch mehr steigen wird und es kann eben sein dass da regulierungsthemen auf uns zukommen kann auch nicht sein ich möchte hier wirklich nicht fad verbreiten sondern ich rede jetzt einfach nur mal das ist jetzt hier nur so das sind nur so ein paar gedanken ich habe diese woche viel recherchiert zu dem thema und habe einfach hier jetzt mal so ein paar artikel ausgewählt falls ihr also interesse daran habt euch quasi mit den risiken von stable coins zu beschäftigen das wären ein paar denkanstöße und jetzt möchte ich aber darauf eingehen wenn jetzt ein stable coin einer oder zwei stable coins vom markt verschwinden würden weil zum beispiel ein verbot da wäre oder andere regulierungsmaßnahmen die quasi das handeln mit stable coins erheblich erschweren würden was würde dann im defy bereich passieren und zwar auch nur jetzt einen ganz ganz kleinen teil von stable coins den ich mir jetzt anschaue ich zeige das jetzt auch direkt mal was gibt es eigentlich für stable coins und zwar wir haben im grunde verschiedene klassen von stable coins und die zwei wichtigsten das sind die asset backed stable coins und die sogenannten algorithmischen stable coins die asset backed stable coins das sind stable coins bei denen quasi irgendwo ein us dollar hinterlegt ist für jeden coin der rauskommt und als beispiel haben wir hier natürlich den tether und der tether der tether usd der wird herausgegeben von einer firma tether operations limited so steht zumindest auf deren webseite und die hat ihren sitz in hong kong und dann gibt es noch verschiedene andere asset backed stable coins wie zum beispiel den usd c der usd coin der wird von circle und coinbase rausgegeben wobei dahinter ein konsortium steht das heißt center das sitzt auch in den usa das aber von circle und coinbase ich glaube gegründet wurde und dann hat man noch den beinens usd der auch in den usa ansässig ist und den g usd zum beispiel den gemini usd der sitzt auch in den usa und es gibt tatsächlich auch einen euro stable coin der stasis euro und möchte ich aber jetzt auch im detail alles gar nicht erzählen sondern ich möchte einfach nur sagen hier es gibt diese es gibt diese klasse von stable coins und da gibt es im grunde zwei sorten von stable coins die einen sind nicht reguliert und die anderen sind reguliert das heißt also der usdt zum beispiel ist nicht reguliert der steht nicht unter der aufsicht irgendeiner finanzbehörde der ist einfach so da und macht so sein ding kann aber natürlich dadurch auch irgendwie nicht als so sicher angesehen werden weil es gibt eben keinen der jetzt sicherstellt dass wirklich ein us dollar hinter jedem usdt steckt dann gibt es die stable coins die in den usa größtenteils reguliert sind das sind die anderen drei die ich hier geschrieben habe da gibt es also eine finanzaufsichtsbehörde die regelmäßig oder die im grunde dafür verantwortlich ist sicherzustellen dass da auch ein us dollar wirklich hinter steht und pro coin also pro usdc und das ist das sind eben diese zwei sorten von asset backed stable coins und dann gibt es die algorithmischen stable coins und die algorithmischen stable coins die funktionieren so dass irgendein smart contract irgendein computer programm dafür sorgt dass diese stable coins wirklich an den us dollar gebunden sind haben wir auch da haben wir auch zwei sorten das eine sind die collateral backed so habe ich die genannt stable coins wie zum beispiel der day und die synthetischen stable coins wie der s usd oder der s euro von synthetik sind die und diese collateral backed stable coins die sind im grunde die funktionieren im grunde so ein bisschen wie auch eine landing plattform oder es ist eigentlich eine landing plattform denn es gibt zum beispiel den day den kann man holen bei maker und maker hat eine app die heißt oasis und bei oasis kann man im grunde crypto assets hinterlegen wie zum beispiel ether oder bitcoin und kann sich dafür dann eben ein darlehen in form von day holen das heißt das darlehen ist besichert mit crypto assets und diese crypto assets haben ja auch einen us dollar wert und ein algorithmus ein computer programm sorgt dann dafür dass dieser dass ein day immer durch ein usdt an crypto assets gedeckt ist die synthetischen stable coins die funktionieren noch ein bisschen anders das geht aber jetzt alles hier in diesem video zu weit ich möchte es einfach nur erwähnt haben diese anlagen diese klassen gibt es und es gibt sicherlich noch andere und andere formen von stable coins aber das hier sind so im grunde die wichtigsten in diesem video geht es jetzt eigentlich eher um die asset backed stable coins aber es ist im grunde auch nicht so wichtig ob es jetzt asset backed oder algorithmische stable coins sind was wäre wenn jetzt also ein stable coin plötzlich nicht mehr also wenn jetzt plötzlich nicht mehr ein dollar wert wäre sondern quasi wertlos wäre oder nahezu wertlos weil zum beispiel usdt verboten wird oder usdc b usd g usd irgend durch irgendein regulatorisches ding nicht mehr funktionieren würden was wäre dann los im defy bereich weil wir haben ja im defy bereich diese sogenannten stable swaps zum beispiel und die stable swaps die wir haben hier zum beispiel den zum beispiel curve die betreiben ja moment ich mache das mal kurz so dass man das auch vernünftig hier bedienen kann also kurz das wallet verbunden die haben ja hier diese pools und in diesen pools sind immer stable coins die us dc usdt s usd also unterschiedliche kombinationen von stable coins es gibt auch ein paar bitcoin pools das ist jetzt auch nicht so wichtig die spielen die das ist etwas was später hinzugekommen ist hier ist aber die idee dass man hier also pools hat die in die man stable coins einlegen kann und dann bekommt man entsprechende api in höhe von teilweise zweistelligen prozenten was ja sehr spannend ist und das ist ja hier quasi eine anlageform im defy bereich die sehr viel genutzt wird unter anderem dann eben auch zum beispiel von jörn finance weil auch wenn man bei jörn finance in diese walls investiert dann stecken dahinter unter anderem von curve bestimmte pools das sieht man hier immer an dem crv crv g usd crv t usd crv b usd es gibt noch andere pools aber die mit crv die liegen bei curve und dann hat man also zum beispiel hier den curve g usd und dem steht ein entsprechender pool bei curve gegenüber und zwar hier ist der g usd pool also das sind im prinzip pools die sich mit stable coins beschäftigen wo also stable coins drin sind und die frage wäre jetzt wenn zum beispiel hier der usd t oder der usd c ist jetzt egal welcher plötzlich nichts mehr wert wäre was würde das bedeuten und dafür muss man sich mal angucken wofür eigentlich diese stable swaps gut sind das sind im prinzip exchanges die sich darauf spezialisiert haben dass man damit stable coins traden kann stable coins untereinander und die stable coins die bei curve zum beispiel aber auch bei ellipsis getradet werden die sind häufig in einem sogenannten three pool das sind also drei stable coin assets die in einem pool drin sind und in diesen pool kann man als investor investieren man kann also seine usdt usd c oder busd einlegen und verdient dann quasi an den trading fees die auf diesem exchange anfallen und was passiert wenn da getradet wird also das heißt wenn jemand dort zum beispiel usdt gegen busd traden möchte dann möchte der also seine usdt abgeben und er möchte dafür busd haben und natürlich möchte er das gerne im verhältnis ungefähr 1 zu 1 weil ja beides an ungefähr also weil beides ja ein us-dollar wert ist und das heißt die spezialität von diesen stable swaps ist dass genau diese form von trade abgebildet wird dass bei einer größeren menge von stable coins die da geswappt werden der preis sich nicht besonders stark ändert das ist ein unterschied zu juni swap wo sich wenn große beträge getradet werden der preis sehr stark verändern kann so und was passiert also wenn jemand usdt gegen busd tauschen möchte dann wird er also da in diesem pool beim trade beim trade beim swap wird der usdt einzahlen und dafür wird er busd entnehmen das sieht man hier also usdt gehen rein in den pool und busd gehen raus aus dem pool und danach sind also dann in dem pool mehr usdt drin als vorher und weniger busd als vorher weil es sind ja busd aus dem pool abgeflossen und es sind usdt rein geflossen und diese stable swaps die beziehen ihren preis tatsächlich auch aus einem algorithmus und dieser algorithmus der sieht ungefähr so aus dass im grunde zwei die menge an busd und an usdt im pool miteinander verglichen werden und je nachdem wie viel usdt oder busd in dem pool ist ist das eine asset billiger als das andere asset also wenn viele busd in dem pool drin sind dann ist der busd billiger als der usdt und das ermuntert dann quasi dazu wieder umgekehrt zu traden damit quasi das verhältnis wieder ausgeglichen ist damit das ganze gut funktioniert gibt es in diesem algorithmus quasi einen sicheren bereich und das heißt also wenn die pool bestände beide pool bestände ungefähr im verhältnis zueinander stehen dass das verhältnis auf dieser linie liegt dann ist der preis das ungefähr eins zu eins also das heißt dann ist der der preis ungefähr eins zu eins bedeutet ein usdt ist ungefähr gleich einem busd da wird es eine minimale abweichung geben im cent bereich oder manchmal auch ein bisschen mehr als ein cent um einfach zu inzentivieren dass das asset das fehlt gerade wieder ein bisschen aufgefüllt wird und das ist also quasi der normalzustand bei einem stable swap und wenn man jetzt mal annimmt dass plötzlich eines dieser assets komplett wertlos ist dann werden natürlich alle leute versuchen dieses asset loszuwerden und da sind die stable swaps natürlich eine gute anlaufstelle weil an dem punkt also beim beim stable swap da kann man ja hingehen und einfach mit einer einzigen transaktion seine ganzen sagen wir mal usdt die jetzt wertlos sind abgeben und sich dafür im verhältnis 1 zu 1 busd holen soll doch jemand anders quasi auf den usdt sitzen bleiben und wenn das passiert dann verschieben sich natürlich die anteile in dem pool extrem weil dann werden sehr sehr viele usdt in dem pool liegen und dafür dann sehr wenige busd und usdc da drin sein weil klar die usdc will jeder haben die busd will jeder haben und solange dieser pool noch liquide ist werden die leute natürlich ohne ende usdc und busd entnehmen und dafür ganz viel usdt in den pool einzahlen weil der usdt der ist ja nichts wert und das führt dann dazu dass in diesem algorithmus hier in dass wir dann hier in diese extrembereiche kommen das sind quasi die randbereiche auf dieser kurve und hier steigen die preise quasi exponentiell an und das heißt die preise weichen dann extrem ab vom 1 zu 1 verhältnis man hat und zum beispiel die situation dass 10 busd plötzlich eine millionen usdt wert sind weil der usdt ist ja ziemlich wertlos davon ist sehr sehr viel im pool der busd ist im vergleich zum usdt sehr selten und deshalb auch sehr teuer und wenn wir in diesen extrembereichen sind dann ist quasi dieses verhältnis 1 zu 1 gebrochen und der pool ist extrem im preis verschoben das ist wichtig dass es diese extrembereiche gibt weil genau in diesen extremen situationen also auf dem weg in die extremen situation die idee ist dass man inzentiviert das zurück zu traden und das funktioniert im normalfall auch weil natürlich wenn ein usdt auch ein us dollar wert ist dann wird man ja im prinzip wenn der usdt plötzlich irgendwie davon abweicht dann wird man da ja irgendeine gewinn gelegenheit haben und das dann zurücktraden in den sicheren bereich aber im extremfall wenn jetzt der usdt nichts mehr wert ist wird das keiner machen und deshalb landen wir in diesem extremen bereich und dann kommen wir eben zu solchen verhältnissen wie eine millionen ist jetzt eine fantasie zahl eine millionen usdt sind dann nur noch ein busd wert oder 10 busd wert wie auch immer jedenfalls bekommt man sehr sehr wenig raus für sehr viel einlage in usdt beim traden so und wenn wir jetzt liquidity providers also wenn wir jetzt liquidität zur verfügung stehen in diesen pool ich zeige das auch mal also wenn wir hier investieren ich gehe jetzt mal zu ellipses da kann man das glaube ich ganz gut zeigen ellipses ist ja auf beinen hier ist der free pool hier sind die drei assets drin b usd usd c usdt hier kann ich meine einlage machen meine stable coins einlegen und dann kann ich auch noch staken also dann kann ich meine lp tokens die ich dafür bekomme staken und dann bekomme ich hier eben eine entsprechende epi und wenn ich also hier investiere über den zum beispiel three pool indem ich da b usd usd c oder usdt einzahle dann bin ich davon letztendlich betroffen denn dann passiert folgendes mal schnell an die stelle gehen also wenn ich hier 1000 us dollar einzahle dann wird im prinzip der bestand vom usdt steigen die anderen beiden bleiben gleich ist ja logisch und wenn ich dann später aus dem pool raus gehe im normalfall dann bekomme ich auch 1000 us dollar zurück aber in einer anderen zusammensetzung als ich eingezahlt hat also ich habe hier 1000 us dollar eingezahlt aber ich bekomme eine andere zusammensetzung wieder raus als ich eingezahlt habe aber der gesamtwert ist gleich also ich bekomme quasi den meinen anteil meinen pool anteil an den usdt ich bekomme mein pool anteil an den usd c und ich bekomme mein pool anteil an den usd und das entspräche dann zum beispiel 400 usdt 300 usd c und 300 usd sind also auch insgesamt 1000 us dollar aber eben in einer anderen zusammensetzung das ist der normalfall so und wenn jetzt die extrem situation eintritt also im grunde diese situation hier dann sieht das ganze natürlich wesentlich ungünstiger aus weil dann bekomme ich den allergrößten anteil meiner einlage zurück in usdt und zwar kriege ich jetzt fantasie mäßig eine millionen usdt zurück dafür aber nur 0,03 usd c und 0,03 busd das heißt also ich habe unter einem cent in usd c und busd aber ich habe dafür eine astronomisch große zahl an usdt rausbekommen die sind aber draußen auf dem markt nichts mehr wert weil der usdt in diesem beispiel zum beispiel dann eben nichts mehr wert ist und das heißt also ich habe im prinzip wenn ich hier in diesem pool eingelegt habe nachher alles verloren weil ich habe zwar einen haufen coins sogar richtig viele aber die sind nichts mehr wert und die anderen coins die ich habe die noch was wert sind die sind aber im verhältnis so gering dass ich damit auch nichts mehr anfangen kann und damit habe ich praktisch effektiv meine 1000 dollar einlage vernichtet und das ist also letztendlich die gefahr von stablecoin anlagen im crypto bereich unter anderem natürlich gibt es noch ganz andere gefahren wie zum beispiel auch der dass das smart contract risk und so weiter bei den algorithmischen stablecoins sowieso weil der algorithmus muss ja auch funktionieren aber ich wollte jetzt hier einfach nur mal auf die beste also asset back stablecoins eingehen jeder muss irgendwie sich selber gedanken machen für wie wahrscheinlich hält er das dass da irgendetwas passiert ich habe ein paar artikel geliefert da kann man sich mal schlau machen und jetzt möchte ich noch kurz ein wort zum busd quasi hinzufügen bevor ich dann darauf eingehe was kann man eigentlich machen wenn man jetzt nicht hier investieren möchte in diese drei pools zum beispiel also der busd ist ja der stablecoin von binance und binance ist ja denke ich mal schon liquide also das ist glaube ich auch eine ganz andere nummer als zum beispiel der usdt der tether aber die frage ist jetzt wie finden wir raus ob der busd wirklich durch einen us dollar gesichert ist und das habe ich auch mal für euch recherchiert und zwar wird binance nämlich herausgegeben von der firma eben nicht binance sondern von der firma paxos das ist eine kooperation zwischen binance und paxos aber der herausgeber des stablecoins das ist die firma paxos und paxos ist in den usa reguliert die haben eine lizenz die dürfen das und die machen auch jeden monat ein st st station report wo also im prinzip eine auditing firma kontrolliert ob dieser stablecoin wirklich eins zu eins mit dem dollar gedeckt ist und die kann man auch aufrufen auf der webseite von paxos und hier sind die ganzen reports nämlich vom 31 märz vom 26 februar vom 29 januar vom 31 dezember also relativ lückenlos ist das hier aufgedeckt und man kann diesen report auch lesen die firma mit dem macht das und hier wird also im grunde attestiert wie viele assets vorliegen in tokens ach ich bin beim pax token gehen wir mal in den vom busd hier ist das hier ist der der bericht und hier sieht man also hier wird attestiert dass also drei milliarden 3,5 milliarden b usd quasi in zirkulation sind und dass der dollar wert dahinter in us treasuries 3,5 milliarden es und das stimmt tatsächlich auf den cent und das wird hier attestiert und das wird auch von einer finanzaufsichtsbehörde in den usa quasi dadurch gedeckt dass hier eine lizenz vergeben wurde und dass da natürlich auch entsprechende kontrollen stattfinden so also der busd erstens kommt nicht von ist wird nicht von binance rausgegeben sondern von paxos paxos ist reguliert in den usa und wird auditiert in den usa und es sind tatsächlich die assets auch wirklich drin die die also quasi die BUSD decken sollen. Das ist schon mal das. Aber jetzt gibt es zurzeit in den USA, hier das ist ein Schreiben vom 19. Mai 2021. Das ist also tatsächlich ziemlich aktuell. Wir haben heute den 21. Mai. Und da geht es darum, dass also hier quasi der Vorsitzende des Senatsausschusses für Banking, Housing und Urban Affairs an den Controller Office of the Controller of the Currency einen offenen Brief schreibt. Und in diesem Brief wird quasi die Sorge ausgedrückt, dass bestimmte Firmen eine Lizenz bekommen haben, die aber eigentlich keine Lizenz hätten bekommen dürfen aus deren Sicht. Und das also im Prinzip quasi diese Lizenz zu widerrufen ist. Unter anderem geht es darum um Paxos, Protego und Anchorage und so weiter. Lest euch das selber mal durch. Das ist das, was jetzt gerade eben im Hintergrund abläuft. Das heißt absolut überhaupt nicht, dass diese Lizenz jetzt wirklich widerrufen wird. Es heißt überhaupt nicht, dass man sich jetzt wirklich konkret Sorgen machen muss. Aber ich möchte einfach nur mal darauf hinweisen, dass in diesen Stablecoin Pools Risiken liegen, die man einschätzen muss und mit denen man umgehen muss. Und diese Risiken sind sehr, sehr konkret. So, jetzt die Frage, was machen wir da? Also, natürlich brauchen wir trotzdem irgendwo ein Asset, mit dem wir quasi Gewinne absichern können, mit dem wir unsere Gewinne, die wir im Kryptobereich zum Beispiel durch Bitcoin oder Ether oder ähnliche Kurssteigerungen quasi machen, absichern können, wenn Kurse runtergehen. Und ich hatte ja irgendwie so als erstes, als erste Idee mal, warum eigentlich nicht hingehen? Und zum Beispiel, wenn wir jetzt glauben, dass der Tether irgendwie den, dass der Tether nicht wirklich gedeckt ist und vielleicht sogar auch riskant ist, warum nicht einfach jetzt hier einlegen, zum Beispiel Ether oder BNB und sich dann Tether leihen? Das ist schon mal das eine. Den Tether dann natürlich sofort umwandeln in irgendein anderes Asset. Dann hat man seine Schulden hier in Tether. Und die sind ja dann, also wenn der Tether dann auf Null geht, dann sind ja die Schulden gehen dann auch auf Null. Und damit hat man quasi eine gewisse Chance, dass man von dieser ganzen Sache irgendwie, wenn das mit dem Tether passieren würde. Es geht aber auch um den BUSD, auch um den USDC. Ist jetzt nicht konkret gemeint. Dann hat man ja quasi, dann sind die Schulden ja nichts mehr wert, ist man schuldenfrei. Hat man das Geld also umsonst bekommen, vor allem, wenn man es dann umgewandelt hat und nicht USDT selber einlegt. Also was man nicht machen darf, wenn man diese Strategie verfolgt, das ist dann in diese drei Pools einzahlen. Und die drei Pools, die kommen wesentlich häufiger vor, als man auf den ersten Blick sieht. Denn diese drei Pools, das ist zum einen natürlich der drei Pool selber. Aber hier sieht man, dass der DAI Pool tatsächlich auch eine Kombination aus dem DAI mit dem drei Pool ist. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, der Tether ist problematisch und wir investieren hier nicht in den drei Pool, dann können wir auch nicht in den DAI plus drei Pool investieren. Auch nicht in den FUSDT plus drei Pool. Auch nicht in den TUSD plus drei Pool. Und das ist bei Curve genauso. Alle diese Pools, die hier zu sehen sind, die allermeisten, sind eine Kombination mit dem drei Pool und der drei Pool enthält den Tether. Also es ist dann immer zu prüfen, wenn man bei einem Stablecoin kritisch eingestellt ist, in welchen Pools ist der enthalten und möchte ich hier dann in diesen Pool investieren. oder man sagt sich natürlich, man lässt es ganz, man investiert da überhaupt nicht und wenn man das dann macht, dann fällt natürlich diese ganze Plattform komplett flach. Das kann man also auch eigentlich nicht wirklich machen. Und ich hatte jetzt also die Idee, dass man versucht Pools zu finden, die nur mit einem einzigen Stablecoin arbeiten. Zum Beispiel mit dem DAI. Weil wenn man mit dem DAI jetzt, wenn man jetzt sagt, der DAI, das ist ein algorithmischer Stablecoin, der ist immer mit Bitcoin oder Ether gedeckt und der Algorithmus funktioniert, dann hat man ja irgendwie schon gewonnen. Dann braucht man eigentlich nur noch einen Pool zu finden, wo man quasi seine DAI staken kann. Und das ist dann aber wieder gar nicht so einfach, weil zum Beispiel bei Curve gibt es keinen. Und es gibt dann so Bifi und Autofarm, wo schon mal einzelne Pools sind, die nur BUSD machen oder auch nur DAI. Versuchen wir mal einen zu finden. Hier ist einer, der legt das bei Venus an mit 1,32% APY. Also ihr seht so ein bisschen das Problem. Und das, was ich also jetzt machen würde, was ich also machen werde, wenn ich irgendwie jetzt wieder Stablecoins einlege, dann werde ich verstärkt auf Tokenbridges setzen. Zum Beispiel gibt es bei NERV eine Tokenbridge, mit der man das aber nicht machen kann, was ich vorhabe. Aber die Idee dahinter ist folgende. Hier, das ist eine Bridge, mit der können Assets zwischen zwei Blockchains hin und her transferiert werden. Ich habe darüber auch ein Video gemacht schon, indem ich dann also kurz auf die Tokenbridge hier bei NERV für Ether eingehe. Es gibt aber auch von REN noch eine für Bitcoin und so weiter. Und damit diese Bridges funktionieren, brauchen die auch Liquiditätspools. Und diese Liquiditätspools, die bestehen immer nur aus einem Asset, aber auf zwei verschiedenen Blockchains. Das heißt, es wird DAI von Ether nach BSC, also zu Binance Smart Chain und umgekehrt übertragen. Und damit das funktioniert, braucht man DAI Liquidität auf der einen Seite und DAI Liquidität auf der anderen Seite. Und das heißt also, man kann hier DAI einlegen. Der wird dann zwar verteilt, womöglich, je nachdem, wie die Bridge funktioniert, auf zwei Blockchains, aber das ist ein Pool, der nur mit einem einzigen Asset arbeitet. Leider gibt es hier bei NERV zurzeit nur zwei Pools, die mit der Bridge zu tun haben. Ich rede also nicht von dem Stablecoin-3-Pool hier, sondern ich rede von diesen beiden Pools hier, der Bitcoin-Pool und der Ether-Pool. Andere Pools, die sich mit der Tokenbridge beschäftigen, gibt es leider nicht hier. Das heißt also, hier kann man nicht arbeiten, aber die Idee dahinter ist, dass man solche Tokenbridges sucht. Und ich bin sehr überzeugt davon, dass man diese Tokenbridges auch für Stablecoins finden wird, in Zukunft verstärkt, weil wir haben Layer 2 mit Polygon, wir haben Binance Smart Chain, wir haben also unterschiedliche Blockchains. Wir haben verschiedene Layer 2 Lösungen auf Ethereum. Jede einzelne dieser Layer 2 Lösungen braucht eine Tokenbridge, zumindest in Richtung Ethereum, um dann von da aus in die andere Layer 2 Lösung zu kommen. Und dann werden wir in Zukunft ja auch noch Sharding haben. Wir haben Polkadot, wir haben Cardano eines Tages. Und es wird überall werden Tokenbridges gebraucht. Und diese Tokenbridges funktionieren eigentlich nahezu immer, dadurch, dass man Liquidität auf beiden Seiten vorhält und dass man also Einzelassets wie den DAI oder ähnliche Sachen da einzahlen kann. Unter anderem gibt es hier zum Beispiel den AnySwap Exchange. Und da würde ich euch auch einfach mal selber auffordern, rauszufinden, wie man hier quasi einlegen kann. Auch hier gibt es entsprechende Pools. Und dieser Swap, das ist ein, also dieser Exchange, der ist dazu da, dass man im Prinzip hier auch Bridges hat, die zwischen den Blockchains hin und her transferieren, die Assets. Und hier gibt es auch entsprechende Pools und Farms und so weiter, die also im Grunde hier APY abwerfen. Als ich das letzte Mal AnySwap verwendet habe, das ist aber schon zwei Monate her, hat das noch nicht so richtig geklappt. Aber hier ist zum Beispiel eine Chance. Und dann gibt es, glaube ich, von Rubik, auf dem Exchange gibt es auch eine Token Bridge. Und auch hier würde es sich mal lohnen, zu schauen, ob man hier irgendwas einlegen kann oder nicht. Das ist jetzt von meiner Seite das Thema gewesen. Ich möchte jetzt nochmal sagen, also ich glaube nicht, dass wir uns in der nächsten Zeit große Sorgen um USDT machen müssen. Ich glaube auch nicht, dass wir uns um BUSD große Sorgen machen müssen. Aber es ist ein Bereich, der durchaus auch aktives Management erfordert. Es ist nicht so, dass man einfach so in irgendeine, in irgendeinen Drei-Pool oder so investiert, zum Beispiel bei Ellipsis oder bei bei Curve oder so und dann sicher ist, sondern man ist nur gegen ein ganz bestimmtes, ganz bestimmtes Risiko abgesichert. Und das ist das Risiko der Kursschwankungen. Man holt sich andere Risiken ein, die dann eben zum Beispiel mit regulatorischen Themen zu tun haben oder einfach damit zu tun haben, dass diese Firmen, die diese Stablecoins rausbringen, vielleicht nicht vertrauenswürdig sind oder im Fall der algorithmischen Stablecoins, dass der Algorithmus nicht funktioniert. Das jetzt von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dann wünsche ich alles Gute. Bis bald.